ha ha endlich jetzt abfahrt das haben müssen wir gleich machen wenn wir in game sind aber extrem weit runter gemacht weil es mega laut ist das ist ja 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 Oh! Oh! Look out! Haha, seems I came at a bad time. No, no. I think you couldn't have timed it better. 23.47.15 System time. Very punctual, Kafka. Elio always tells the exact future. So what's with the explosion just now? Was that also part of his script? Voll gelangweild. 23.44.59 System time. The pulses from the explosion cause massive breakdown from the master control system. You did that. No. The antimatter region did it. They completely invaded the space station two system hours ago. Alright. So do we need to fight the legion? I don't know. Elio didn't say anything about it, so it doesn't matter. Got it. So from now on, I'll be in charge of this operation. Copy. Can you let me have some fun this time? Our last few operations turned out to be pretty dull. I'm sorry. I'm afraid there is not much I can do for you. Our task this time is just to place the target properly. But, if you wanna go look for some fun yourself, I won't stop you. I mean, after all. Elio didn't put it in the script. Why would it matter? Okay. Very cool animation. Auf jeden Fall. So. Q. Speziell. Einzelangriff. Speziell. Standardangriffe gegen die ausgewählten Gegner ein. A-Unden. Cool. So. Also, Runden basiert. Die Kampfende, die waren doch beide nicht besiegt. Okay, Leute. Wir sind da. ist auch ziemlich gut gemacht lass uns mal hier kurz sound unter regeln alle ein prozent ist immer noch laut genug also wie laut ist dieses spiel wir probieren es mal so so bevor wir hier irgendwas machen belohnungsübersicht das ist einfach nur nachrichten mitteilungen sind dann einfach seele ist da sehr gut da auch gleich drauf ok let's go so wenn der sprinten sprinten ist wie bei ihren chinn wenn die antimatter legion become so weak who's this okay ich irgendwas kaputt machen habe ich ausdauer oder sowas application ist klar okay das sind also die kämpfe die man quasi machen kann jetzt zerstörbarer objekt und da kriegt man auch direkt macht sehr gut wir sammeln also direkt also zerstörbare sachen sieht man so ein bisschen kräulich das sieht gut aus der gegner befindet sich jetzt in reichweite der figur greife den ausgewählten gegner an um den kampf zu beginnen alle figuren verfügen über einen mächtigen ultimate können sie einsetzen egal ob ihre wenn ihre können sie einsetzen in ihre energie voll ist die energie ist voll die sind ja richtig stark aus das ist doch herrkisch Ah, ja, ja. Wo hast du den Silberwolf? Ein paar randomen Koordinaten, das ist nicht wichtig. Du wirst dich an, wo der Vöidranger gesammelt hat? Natürlich nicht. Ich bin einfach über diese lustige Technik von dir ist, wie immer. Nur ein kleines Trick für die Daten der Realität. Ich würde es nicht lustig sein. Was hast du so intensiv gesehen? Mal sehen. Herta's Toys. Ein Katalog mit dem Spass station's collection of rare items. Sie haben viele interessante Geräte. Wie? Es gibt diese Kugel. Es kann jede Kugel in ihrer Crosshair als ein score von 0 bis 100. Das ist nicht sehr interessant. Du wirst dich an, wie viel du würdest? Ich möchte meine. Fine. Ich glaube, wir können bei uns spielen und spielen mit dem, wenn es nicht zu weit ist. Was ist unsere Destination? Sie ist cool. Ich wechsle zu der Figur deines Teams. 2. Silberwolf. So kann man hier noch irgendwas kaputt machen? Ja. Kann man noch Sachen einsammeln? Die ist klein, ne? Das Gute ist, dass wir hier nicht unnötig Sachen einsammeln müssen, wenn wir was kaputt gemacht haben. Sondern, dass es automatisch geht. Oh, ich habe sogar Star Rail Drops da. Sehr cool. Warte mal. Ich schreibe mal direkt mal rein. Rups. Ich habe gestern noch geguckt. Da war nichts zu sehen mit Drops. Aber es scheint sie für alle freigeschaltet zu haben. Okay. Wie macht man das jetzt hier? Also. Figuren und Gegner handeln in der Rennfolge nach oben nach unten entsprechenden Aktionsrennfolge. Ultimates unterliegen nicht der Aktionsrennfolge und können in jeder Runde eingesetzt werden. Also. Einzelangriff. Die Energie ist voll. Die Energie ist voll. Was muss das? Mal. Alter. Tutorial. Wie alle freigeschaltene Tutorials an. Okay. Das ist wie bei Genshin. kommt man quasi auch dieses diese währung dieser Kafka ist ganz schön von sich überzeugt Fähigkeitspunkte sind Kampfressourcen die sich dem ganzen Team teilen wechsle zu Fähigkeiten er brauchte Fähigkeitspunkte in die Fähigkeit 1 alle Fähigkeitspunkte wurden verbraucht wenn nicht genug eingesetzt werden ok tja ich habe aber noch Ulti ok Steuerung ist ganz cool ok Steuerung ist ganz cool Impressive Evacuation work Did Herta organize it herself? According to the access history she hasn't logged in here for over 6 months The evacuation was directed by the acting lead researcher a girl named Asta that doesn't ring a bell oh right Elio said we wouldn't run into Herta it seems she really isn't here Where's the Stellarone? Elio's script doesn't include any info about the location of the Stellarone which means in the future he foresees we would find the Stellarone in a non-physical way this space station is packed with extraordinary objects I wouldn't be surprised if there's one that can make it happen hiding something extraordinary with something extraordinary this is pretty Herta I assume you know what to do I mean you've read the catalog for quite a while I've got all the clues we need 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 help me investigate the terminal in this room our item might be inside okay the stage is yours I can't see the this is the monitoring room they must have deleted the records I can see the whole space station on the surveil even if you could it'd be a trap make your way over here then there's no point in trying to search like this so, got a master plan? I'm all ears it's a matter of hacking the surveillance system directly aha, I see Herta's collections aren't in the system so anything unaffected should be our target simple, crude but effective look found it simple crude but effective look found it nach morgens um fünf uhr nichts besseres zu tun wie zu streamen es sieht schon fancy aus Okay. Even the genius Herda can't compete with me. Good. Then I'll also count on you. The receptacle's ready. Your decision. Alio said this decision would bring about lots of changes. He also said it must be you who makes it. I want to give him a new name. That's cool. I'll remember you. I'll remember you. It's time to get up. Alter. Das sieht so gut aus. Erstmal blöd stillen. I thought you'd remember me. Maybe you're not as important as you think. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are. Why you're here. Or what you're going to do next. You think I look familiar. But you're not sure if you should trust me. True. None of that matters. All you need to know is that I'm leaving. And you will be left all alone on this space station. From now on, you needn't think about your past or doubt yourself. Listen. In the near future you will encounter all kinds of perils and hardships. But you will also have many wonderful experiences. You'll meet companions who will at the end of your journey. Don't follow me. All that perplexes you and troubles you. This is your future that Elio has foreseen. Do you like it? Klingt okay. Lovely. Hey. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you're guaranteed to see the ending of your story. Oh boy. That's the you I like. How long have you been to the script? The Astral Express Crew is soon arriving. We should avoid being seen by them. I know Silverwolf. Give me just another minute. I must leave now. Don't worry. Someone will come and find you very soon. Just go with them. When you have a chance to make a choice, make one that you know. Okay. Es geht los, Leute. Oh, die ist ja süß. Oh, das sind die Cutscene, ne? Das war gerade Cutscene-Grafik, ne? Sieht aber auch sehr schön aus. Oh, das ist nicht gut. Können Sie es stärker versuchen? Ich rede nicht. Ich rede nicht. Mein Name ist Don Hong. Und das ist 7. März. Ich rede nicht. 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 Eine kleine Cutsche mit römer Haare. Madame Herta ist die und sie muss die tippern. Es ist eine kleine Cutsche. Diese Mädchen braucht es wirklich. Ich kann nicht glauben, dass ihr eigenes Wettbewerb im Namen nimmst. Ach so. Keine Angst, wir werden dich von den Monstern geschehen, um diese Beste zu entfernen. Dann Hong und ich sind Mitglied der Astral Express Crew. Die Express hat ein paar Gespräche mit Madame Herta. Wir kommen zu besuchen... Wir haben gerade so gelesen, während dieser... Invasion. Natürlich, als, ahem, Crew von Heroes, wir sind froh, dass wir eine Hand geben. Ja, du hast es nie gesehen? Der Express kommt hier jedes Mal. Es ist ein unieke Train, der zwischen den Sternen reisen kann. Ich zeige euch, dass wir zurück zu den Masterkontrollen gehen. Du und Marc gehen wieder zusammen. Unsere Land aus dem Sicherheitsdepartement hat Kontakt in der Facilität. Wie viel Zeit ist jetzt vergangen zwischen vorhin und jetzt? Oh, okay. Dann bessere ich auch weiter. Dann wirst du dich auf den Sparen we約en. Hm... Dann vermutlich sollten du dich herausführen. Die Legionen sind nach der Sparenkontrollen wie eine Packen Wolfen. Dieser Reise wird nicht eine Wack auf den Park. Erstmal ein Baseballschläger. öffne das figuren menü die informationen über die figuren findest du im figuren menü jede figuren hat einen eigenen typen freundlich ist das für die physische typ diese figuren ihren eigenen fahrt freundlich ist eine figur zu dem fahrt der zerstörung folgt unterschiedlichen typen an folgen unterschiedlichen faden in der detaillierten ansicht okay wo ist meine waffe